Wir wollten gerade wegfahren, als zwei mir völlig unbekannte Männer auf das Haus zu kamen. Verwundert stieg ich wieder aus. Sie ergriffen meine Hände und begannen mir kehlige Laute der Anteilnahme zuzubrummen. Weil ihnen dabei Tränen in den Augen standen, erwiderte ich ihre Blicke so freundlich und aufmunternd wie möglich. »Gehen Sie nur weiter, gehen Sie nur hinein«, bedeutete ich ihnen und hoffte, dass mein Bruder ihnen eine Zigarre anbieten würde. Wir waren tatsächlich im Handumdrehen da. Im Nachhinein war ich vor allem über den Andrang in jenen Tagen erstaunt. Ich war nie allein. Nach den ersten Minuten des Weinens und Fragestellens wollte jeder, der kam, etwas tun. Ich dachte mir etwas aus. Adressen schreiben, die Kaninchen füttern. Es wurde irrsinnig viel Kaffee gekocht. Man fand, dass ich blass sei, dass meine Augen unnatürlich glänzten. Vor allem war man sich darin einig, dass ich mich zu tapfer hielt. Mitten am Tag wurde ich überredet, mich hinzulegen. Jemand zog mir die Schuhe aus. Die dunkelroten Vorhänge wurden zugezogen. Prompt sagte ich weg und träumte, wie es mir häufiger passierte, wenn ich tagsüber schlief, dass ich von einem Unbekannten hinreißend geliebt wurde. Ohne mich darüber zu wundern, ließ ich mich von der etwas spröden Frau wecken, die jeden Mittwoch mit dem Bibliotheksbus durch das Dorf fuhr und stand eine Minute später einem Polizisten Rede und Antwort, wobei ich ihm ungefragt erklärte, dass meine Ehe glücklich gewesen war. Meine Mutter erbot sich, ein paar Tage zu bleiben. Sie richtete sich auf dem Dachboden ein. Trotzdem bestand eine kleine Nichte von Ton darauf, am zweiten Abend, als immer noch große Verwirrung herrschte, bei mir im Bett zu schlafen, damit die leere Stelle im Dunkel unter der Decke mir nicht wehtue. Ich wehrte mich nicht. Das Kind legte beim Schlafen ein rührendes Verhalten an den Tag. Minutenlang rollte sie ihren zarten Körper von einer Seite auf die andere, bis sie die richtige Position gefunden hatte. Jetzt lag das von mir zutiefst bewunderte blonde Haar ausgebreitet über meinem Gesicht, doch das gesamte Bettzeug war auf ihrer Seite zu Boden geglitten. Was machte das schon? Bereits am Nachmittag war die Schwüle in einen Regenschauer übergegangen, der immer noch andauerte. Die ins Haus strömende Luft drängte alles, Handtücher, Laken, Kissenbezüge, mit einer Art klebrigem Schweiß. Daher war es überhaupt nicht schlimm, ohne Zudecke im Bett zu liegen. Das Mädchen schlief fest. Erstaunt lauschte ich dem leisen Zittern in ihrer Nase und Kehle. Es schien sie nicht zu stören. Ton hatte immer dicht bei mir gelegen, auf der Seite, einen Arm um mein Kopfkissen geschlungen, wenngleich natürlich nicht so reglos, wie ich ihn an diesem Nachmittag vorgefunden hatte. Schlief er immer sehr ruhig und still. Man merkte nicht viel von ihm. Schlief er immer wieder. Schlief er immer wieder. Schlief er immer wieder. Schlief er immer wieder. Untertitelung des ZDF, 2020